und wenn ich was kochen mit dem auf jeden fall können wir jetzt die dinger weg machen erkunde den offenen bereich, baue eine brücke, baue das brückenfundament, baue eine werkbank ich würde sagen wir bauen erstmal eine werkbank ich bin sicher würdet ihr vielleicht da oben mit hinschieben jetzt mal hier der zuverlässige helfer jedes handwerker warte mal ich glaube lass die kammer ne mischen so fehlt uns noch ein metall okay 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 hier ist nicht mal pilze machen, aber ich glaube wir haben einen pilz zu wenig irgendwo mit und wir können aber nicht sachen zerlegen in mitte was zum teufel ist denn das, wenn die blüten so aussehen, will ich mir gar nicht vorstellen, was für bären daran wachsen was möchte ich nicht also noch pilze sehr gut ähm hm keine terra tappel hier auch ein guten morgen warte ich möchte direkt schon wieder einen neuen speicher, ne sag wie es ist irgendwo irgendwo hatten wir noch bohlen über irgendwo hatten wir noch bohlen über ein hightech rucksack? oh den habe ich gar nicht gesehen jemand hat hier einen schicken kleinen rucksack zurück gelassen oh und der hat sogar ein sprachmodul ich habe das symbol äh ich habe ihn mit dem schneidzugriff oder werde den kurzbefehl in der inventar zu öffnen ach der liegt jetzt um mich rum oder was ah aha okay wir haben mehr platz sehr gut finde ich super erstmal was zu essen auch hier kann aus den blumen suppe machen das ist auch sehr gut direkt fand ich sogar noch blumen gehabt so weiter nach metall suchen über die bergbar ich muss halt irgendwann Stahlsäge finden ne das sieht alles nicht aus als würde ich hier weiter gucken vielleicht finden wir ja drüben auch die brücke wir brauchen holz das ist ja nicht das gucken vielleicht finden wir ja drüben mit dem schnitzel das ist ja nicht ganz genau hier Er trägt auch direkt wieder dunkel. Oh, der Tag vergeht aber schnell. Ei, ei, ei. Dann noch die Boxen. Und noch eins. Warum war das eigentlich klar? Wir brauchen die Werkbank, habe ich doch gesagt. Okay, wir müssen irgendwie Metall finden. Wie finden wir denn am besten? Wir können ja auch nachdem wir in den Zwiftwörtern einfach mal gucken, was es ist, ne? Militärische Technologie oder eine sehr komplexe Wachstumslampe? Es scheint kaputt zu sein. Ich sollte das auseinandernehmen, sobald ich kann. Die Elemente im Inneren sind sicher von Vorteil. Ich glaube, es ist eine Qualität. Auch eine Eisensäge. Wo ist sie? Wir gehen das jetzt strategisch an. Wir verlegen alles, was wir brauchen können. Wir gehen das, was wir brauchen. Oh, da war noch Blumen. Wir gehen das, was wir brauchen. Die können wir auch nicht. Ja, ich glaube auch. Wir müssen hier ein bisschen Überblick haben, ne? Blumen, da kann man es noch in Gruppe machen. Da komme ich eigentlich so ganz hin. Ah, warte mal. Hier kommen wir hin. Oh nein. Wir müssen schlafen, ne? Obwohl, wir sind eigentlich voller Energie. Ich muss nur aufpassen. Was ist das? Ein neuer Entwurf Gartenbeet. Uh, nice. Das wird wahrscheinlich Dünger sein. Wenn ich es schaffen würde, mit der Werkbank einen Trafo zu bauen, müsste ich mir immer noch den ganzen Gerät nach Miku schieben. Na klar. Ach so, warte mal. Klick, ausgewähltes Entfernen, Klick, ausgewähltes Entfernen, Halten, Ziehen, Drehen. Aha. Wie super komplex das ist. Holi Moli. Ist ja richtig cool. Mega gut. Jetzt haben wir auch schon mal einen Mikrochip. Oh, da. Wir haben ein Blech. Oh Gott. Wir wollen die Werkbank nämlich fertig machen. Oh. Ich höre schon wieder. Komische Dinge. So. Herstellung. Ah. Ah, Trafo. Sumpf wie ein Bienenstock. Okay. Okay. Lübbirne. Metallrohr. Elektrolytische Lösung. Ungeziefervernichter. Sehr gut. Bummkabel. Bummkabel. Auch sehr gut. Sehr gut. Nägel brauchen wir. Löffelköder. Rucksackmodul. Ach cool. Tinkler. Nö. Tinkler. Oh. Ach, da müssten wir auch Holz rummachen können. Das macht ja keinen Sinn sonst. Okay. Wir brauchen zwei Trafos, ne? Ich muss für den Weg dahinten, weil es jetzt so viel gerade. Aber, aha. Ich sehe was. Sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich eine Eisensäge bauen. Mega. Besserung. Ui. Cool. Äh. Ich weiß schon, wir müssen noch... ...kommen wir machen, glaube ich. Ich hab vergessen, dich zu warnen. Nachts solltest du aufpassen. Letztes Mal haben die Elektrosiden meinen ganzen Saft geschluckt. Jetzt zieh mich nicht zu an, Boss. Du jammerst doch über dein Gedächtnis. Vor einigen Jahren haben sie plötzlich jedes Elektrogewerd in der Stadt angekündigt. Früher gab es hier mehr beseelte Maschinen und auch Leute wie dich, Boss. Aber ich fürchte, dieses Ungeziefe hat alle vom Planeten vertrieben. Bibi. Bibi. So. Das hier. Ah. Ah, zum Pflanzen wahrscheinlich, ne? Foli Muli, das scheint wirklich mega komplex zu sein. Au. Geh weg. Hätte es auch gleich so machen können, ne? Hegelschwein... Soll ich damit anstellen? Weht wäre natürlich tatsächlich auch nicht. Und noch ne Speicherkiste wahrscheinlich. Okay, das ist jetzt schon echt viel. Ach, da wäre noch ne Stromkabel drin. Also, warte mal, wir gucken. Ich glaube, ich lege zuerst ein Beet an, weil das macht irgendwie ja meistens Sinn. Jetzt hat nur die Frage... Was macht man hierhin? Genau. und zurück und hallo hatten wir nicht einmal dünger gefunden ich glaube wir hatten einmal dünne oder hier haben wir nicht wir hätten dünner gefunden verlassen lag irgendwo hinten ok oha wie es das hier ausgebreitet hat hier war das nicht verlagdünger also schon weg wenn ich dass ihr euch hier ausbreitet auch noch was aber wir machen erstmal ganz kurz die eine sache fertig nimm einen samen in die hand und klicke dann auf das gartenbeet um ihn auszusehen nimm den einmal von hinten verhalte den status der pflanze im blick um zu wissen was sie braucht die meisten pflanzen wachsen am tag pilze wachsen jedoch nachts nein die kleinen elektrositen fischer können meine pflanzen fressen warte mal was irgendwas mit einer fackel habe ich nicht ganz gelesen warte mal wir müssen erstmal das hier herstellen wir haben davon noch was einmal können wir noch herstellen auf jeden fall was die kluge ohne brauchen weiß ich noch nicht mal wieder auf die eins so dann gehen wir da hinten hin den eimer holen es gibt zwei wege um wasser zu schöpfen mit einem eimer oder einer leeren fleppe nimm den eimer in die hand um ihn zu benutzen damit so wird ah jetzt um ihn mit wasser zu oh gut das heißt wir müssen hier runter wahrscheinlich ne damit wir ja ich verstehe aufzug benutzen oh ok ich dachte wir müssen den müssen den jetzt auch reparieren was ist das komplett also das ich habe es nicht gedacht wirklich nicht ja crazy da sind noch köder das heißt wir können auch angeln ok wir haben den eimer vollgemacht angeln du kannst verschiedene köder benutzen oder gar keinen verbessere deine angeln um verschiedene arten zu kann die kamera hier gerade gar nicht drehen ja ach wer kann das als köder benutzen mit angeln beginnen äh 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 ah 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 yay ok aber hier sind ja noch köder ich muss die verdammt nochmal hier wir müssen erstmal zurück hier sind so viele sachen es ist wundervoll ich liebe es so lass uns mal eine bohle mitnehmen und auf jeden fall schon was zu essen machen sonst verhungern wir nämlich gleich wo rennen pilze und hoppa ich hätte natürlich mit den blumen auch noch gucken können ob wir was anderes machen können aber äh salzwasser warte mal wir mussten das mit kohle irgendwie machen, ne? mal einmal ach so ne hätte ich gar nicht gebraucht naja ok jetzt haben wir süßwasser etwas relax ähm wir nehmen wir pilze in denen ich glaube blumen wären eigentlich ganz gut wir nehmen blumen da hab ich ja da hab ich ja ich muss das nicht gießen gerade es wächst erstmal alleine ok na gut dann nicht hm lang einen Fisch bauern eine Brücke aber wir bauen erstmal die Brücke so wir brauchen siebenmal Holz und siebenmal Nägel Nägel können wir glaube ich herstellen nicht wie viele vielleicht nicht ganz für 10 aber dann können wir noch ein paar Sachen zerlegen. Ah, da werden Bläsche draus. Okay. Ich hoffe, das bleibt liegen, weil ich kann jetzt nicht alles gerade aufsammeln. Nicht, dass der auch verspricht. Oh ja. Oh, oh. Okay. Au. Nee. Ich kann mal Nägel draus machen. Ich habe nicht mehr so viel Plan. Ich teile sie. Cool. Ich kann noch andere grad nicht ran. Okay. Ich habe Here. Okay. Ich habe upper.